Wir haben alle den folgenden Schritt aufgehört, mit rechts vor, links schließt, also mit eins, zwei und das hatten wir auf cool, es war einfach zack, bumm. Es geht weiter mit rechts, rechter Fuß steigt nach hinten, Arme dazu nehmen, einmal nach hinten beugen, wieder nach vorne beugen, kreuzen die Arme und dann gleichzeitig, wenn der rechte Fuß runter geht, geht der rechte Arm rauf und wir machen einmal eine Welle nach links, schließt. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, also wir sind hier auf sechs und es geht weiter mit Kreuzschritt. Wir alle kennen den Kreuzschritt. Rechts vor, links überkreuzt, rechts wieder dazu, links wieder dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann, beim letzten Achter, einmal die Fäuste nach unten. Machen wir es schnell. Schaut es so aus. Wir starten mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, dann machen wir einmal Arme zeitlich anspannen. Andeutung nach rechts zu einer Drehung, aber wir wollen nicht nach rechts, sondern nach links. Einmal nach rechts und dann nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Rechte Fuß beginnt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es geht weiter mit Blick nach links. Beide Füße aufgestellt, Zehenspitzen schauen nach links, aber es arbeitet jetzt nur die Fersen. Das heißt, die Fersen werden aufgestellt. Wir haben eins, zwei, drei, vier. Es schaut jetzt ein bisschen doof aus, weil wir haben keine Schuhe. Ich habe keine Schuhe, Arme und leider keine Halle. In Corona-Zeiten ist alles möglich, wir müssen das Beste draus machen, deswegen schaut es jetzt ein bisschen doof aus. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier. Und dann wieder Kreuzschritt, diesmal nach links und dann Wipp nach links und Wipp nach rechts. Einmal links, beginne hier mit dem Schritt. Zack, 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 zack. Hier auf, auf cool, verschränkt, auf rechts. Und letzter Schritt für heute. Rechts nach hinten, links nach hinten. Push zum Körper, vom Körper weg. Den kennen wir den Schritt vom Anfang, von der Strophe. Und zweimal. Arbeiten nach links, side, fließt, vor. Gleich nochmal. Von der Pose weg. Rechts, links, vor, weg. Links, kick, kick. Wisch, Schritt vor. Alle Schritte von vorne. Wir starten mit rechts, Schritt vor. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 Super! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020